Wie wohl ist dem, der dann und wann sich etwas Schönes dichten kann? Was Wilhelm Busch so unbeschwert in einen Reim gebracht hat, würde der Autor in John von Düffels Stück »Die Dame mit dem Föhn« gern erleben. Er weiß genau, was er schreiben will. Radikal soll es sein. Keine Erklärungen, keine Entschuldigungen, keine Kompromisse. Das Ganze geht sich auch recht gut an, bis ihm seine Figuren einen Strich durch die Rechnung machen und Forderungen stellen, die seine Pläne radikal durchkreuzen. Und dabei ist dem Autor gar nicht wohl. »Die Unbekannte mit dem Föhn«, Hörspiel nach dem Bühnenstück von John von Düffel. »Ich.« »Ich, mitten in einem Gedanken über Radikalität und ihre Voraussetzungen, als plötzlich die Frau mit dem Föhn, das heißt eigentlich mit zwei Fönen, der Badewanne, entsteigt. »Tropfnass, gedunsen, emaillebleich und auch ansonsten nicht besonders lebendig aussehend.« »Ein Föhn in jeder Hand, noch einen Tick zu viel elektrische Spannung in den Gliedern, die im Krampf verkrallten Finger nach innen gedreht und eine bislang für Menschen unmöglich gehaltene Spannweite zwischen den gespreizten Zehen.« »Ein Anblick insgesamt, für den sie sich entschuldigen würde, wenn sie noch lebte.« »Doch, der Tod ist die beste Entschuldigung.« »Wer würde so kleinlich sein und ihr den Mangel an Frisur vorwerfen, die von den farblosen Lippen gelb sich abhebenden Zähne, selbst das stellenweise recht zerkochte Schenkelfleisch dort, wo ein altertümlicher Föhn Wasser und Weib eine Weile gebrüht hat.« »Diese Frau also stapft plötzlich durch die Wohnung herein in mein Arbeitszimmer auf mich zu, der ich mich mitten in einem Gedanken über Radikalität befinde und ihre Voraussetzungen. Wie gesagt, ein Gedanke, der sich nicht zurückstellen lässt, ohne dadurch unmittelbar an Radikalität zu verlieren und an deren Voraussetzungen als da wären. Verachtung der Konvention, unbedingte Entschlossenheit und Kühnheit, um nicht zu sagen, die Kraft zu groben Vereinfachungen, mit besonderer Betonung auf Kraft, was vor allem bedeutet, dass man auf das Verständnis haben verzichten muss. Nichts ist ja so verführerisch wie Verständnis zu haben für all jene, die uns um den Verstand bringen, mit der Normalität und Intaktheit ihres Lebens, mit ihrem Hang zur Nachbarschaftlichkeit, bei dem sich die Menschen einander gleich machen. Wer radikal sein will, muss vor allem eines, muss die Seele außer Acht lassen. Sobald man die Seele in Betracht zieht, nehmen die Komplikationen kein Ende. Und man verfranzt sich hoffnungslos in der Seele und ihren Beschädigungen. Ein endloses Kapitel, das wir hier mit ungelesen überschlagen. Diese Frau also stapft plötzlich durch die Wohnung. Ein Zombie des inneren Unfriedens. Wie alle Selbstmörderinnen ist auch sie voller Gier nach ihrer eigenen Geschichte, geschichtenhungrig, aber stumm wie ein Fisch. Was mich ihrem Ansinnen hoffnungslos ausliefert, nach einer Sprache für sie zu suchen. Während sie sich vor mich an den Schreibtisch setzt, mir Papier und Bleistift aufnötigend und die Frage, was um alles in der Welt sie umgebracht hat. Die Frau mit dem Föhn und welche Geschichte zu ihrem Tod führt. Sie tritt auf, aus dem Badezimmer kommend. Sie! Sie! Sie tritt auf, aus dem Badezimmer kommend, mit einem noch frittete-ähnlichen Turban um ihre nassen Haare geflochten, ein langes weißes Frottituch um die Brust gebunden, balanciert auf Zehenspitzen leise am Bett vorbei zu einem der Sessel, auf dem er ihren Bademantel verlegt hat. Er, er, nun unwiderruflich aus dem Schlaf gerissen. Nachdem schon die Geräusche aus dem angrenzenden Badezimmer, die obszönen Gurgel-Laute des Abflusses eine Fortsetzung der Ruhe längst unmöglich gemacht hatten, vollends aufgestört durch die scheinheilige Heimlichkeit ihrer Schritte um sein Bett herum, als wäre es nicht allgemein bekannt, dass jedes Heimlichtton gleichsam wie ein Vergrößerungsglas auf alle Störgeräusche wirkt, ja, wie eine Störgeräuschlupe, die jedes Rascheln und Tuscheln ins Unerträgliche verstärkt, ganz abgesehen davon, dass ihm sogar im Halbschlaf noch bewusst wurde, es könne nichts anderes als sein Bademantel sein, auf den ihre Heimlichkeit es abgesehen hatte. Sie, seine Missgelauntheit sofort bemerkend und sich daraufhin ganz einsinken lassend in die ruhigen Arme ihres Sessels. Er, von ihrer Gleichgültigkeit einigermaßen brüskiert, aber sich nichts anmerken lassend, beginnt die Situation näher ins Auge zu fassen, dabei unerfreulicherweise zur Kenntnis nehmen müßend, dass sie in klatschnassem Zustand auf seinem Sessel Platz genommen hat, über was noch hinwegzusehen wäre, hätte sie nicht ungefragt seinen Bademantel in Beschlag genommen. Das einzige Kleidungsstück, das ihm an einem solchen Morgen das Gefühl zu geben vermochte, dass die Annehmlichkeiten der Nachtruhe mit dem Aufwachen nicht abrupt zu Ende sind, ihr dies mit einem kritischen Blick vorsichtig zu verstehen gebend. Sie, seine Aggressivität sofort spürend, leise seufzend ganz für sich. Er, ein Vorbild an Selbstbeherrschung abgebend, besonders für sie. Sie, von seiner Kälte verletzt, aus ihrem Sessel aufspringen. Nachdem sie seinen Sessel grundlos gegen die Wand geknallt hat. Ihren Bademantel raffen will zur Tür. Er schnellt hoch, als sie mit seinem Bademantel verschwinden will. Sie will einer Eskalation der Auseinandersetzung aus dem Wege gehen, rennt. Er, der Diebin hinterher, bekommt einen Ärmel zu fassen, brutal zurückgerissen, hält sie fest, von ihm zu Boden gerissen, durch ihren Sturz aus dem Gleichgewicht geraten, wehrlos, torkelt, sieht, wie er sich auf sie stürzt, fällt. Sie, den Kopf zurückgelegt auf den Badewannenrand, der ihr Nacken kühlt. Der Blick leicht gesenkt auf ein Buch gerichtet, das sie in den Händen hält, das sie entführen soll in eine andere Welt. Eine Welt ohne ihn und seine Gewalttätigkeit. Ohne Neid und Eifersucht. Regungslos indessen im Entspannungsbad, an ihre Beulen und Prellungen nicht rührend, während sie mit einer aus dem Wasser ragenden Hand das schmale Paperback hält. Er unter der Dusche, seine Arme und Hände bewährt mit Duschgel, kräftig an seiner Selbstreinigung arbeitend. Wie gut, denkt er bei sich, dass er bei der Wahl des Badezimmers auf einer separaten Dusche bestanden hatte, war doch damals schon absehbar, dass sie die Badewanne ständig belegen würde. Er dreht die Hähne zu, drückt sich die letzten Tropfen aus den Augen und wirft einen ahnungsvollen ersten Blick durch die verschwommenen Scheiben der Duschkabine. Sie, ganz in ihrer Lektüre vertieft, im Gedanken an eine vielleicht utopische Welt der Gefühle, aber doch wohl eine mögliche Welt, in der Offenheit nicht mit Hohn und Ehrlichkeit nicht mit Missbrauch bestraft wird, hält auf der letzten Zeile der Seite inne. Und er umarmte mich, ohne mich zu ertrücken, diese Zeile noch mal lesend, fasziniert. Und er umarmte mich, ohne mich zu ertrücken, blättert um. Ken, sagt Angelika. So müsste es sein, auch in dieser Welt. Er, auf dem linken Fuß balancierend, während er den rechten sorgfältig abtrocknet, muss zu seinem Erschrecken feststellen, dass sie drauf und dran ist, seine halbe Bibliothek im Wasserbad zu ersäufen. Ignoriert dies jedoch gekannt, holt seinen Föhn aus dem Regal und steckt ihn in die Steckdose. Sie konzentriert sich voll auf ihre Lektüre und die Utopie der distanzierten Nähe, zu der freilich eine beiderseitige, hochentwickelte Sensibilität gehört, die nicht jedem in die Wiege gelegt ist. Insbesondere dann nicht, wenn man außer Stunde ist, Intimbereiche zu respektieren, so wie die damit verbundenen Requisiten als da wären. Kämme, Handtücher und Föhne, um nur einige bliebige Beispiele zu nennen. Und auch wenn man beim Partner in diesem Punkt eine gewisse Toleranz voraussetzen darf, so darf man sie doch deshalb nicht gleich schamlos ausnutzen und ihren Föhn dermaßen gebrauchsanleitungswidrig hoch- und runterschalten. Eine Seite umschlagend, die sie fertig gelesen hat, ohne auch nur im Geringsten zum Inhalt des Gelesenen vordringen zu können. Die Augen schließend. Er, sich im Spiegel musternd, dabei unfreiwillig und ganz nebenbei auch bemerkend, dass sie kurz davor war, sein Buch zu versenken, nicht gerade sein Lieblingsbuch, aber immerhin das Geschenk einer Verflossenen, ein Buch mit nostalgischem Wert, was ihr überhaupt nichts auszumachen schien. Sie aus Mitleid mit ihrem misshandelten Föhn sachlich auf die Gebrauchsanweisung verweisen. Er aus Gründen der Dringlichkeit zunächst sein Buch retten wollen. Sie perplex, als ihr das Buch aus der Hand gerissen wird. Er implizit den Widerspruch aufzeigend, dessen man sich schuldig macht, wenn man sich einerseits auf die Gebrauchsanweisung beruft, andererseits den Föhn in die Badewanne gereicht haben will. Sie prinzipiell für Privatheit, Eigentum und Privateigentum eintretend. Er gibt als der Klügere nach. Geht gelassen einen älteren und robusteren Föhn aus dem Schrank holen. Sie seine hinterhältige Absicht durchschauend, den Föhn ihrer Großmutter ein Erbstück zu vergewaltigen, entschieden Protest anmeldend. Beruhigend dazwischen. Ausreden wollen. Machtlos gegen so viel Hysterie. Es auf den Punkt bringen. Kopfschüttelnd. Noch nicht fertig. Er hält ihr den Mund zu, um dich in gebotener Kürze über mögliche Gefahren in Kenntnis zu setzen, unter besonderer Berücksichtigung der physikalischen Zusammenhänge zwischen Elektrizität, Wasser und menschlichen Halbleitern. Sie von brutalem Männerhand geknebelt, dennoch auf ihrem Recht bestellen. Er reicht ihr auch diesen Föhn. Geht ab. Den Stoß beschriebenen Papiers mit spitzen Fingern zusammenschiebend. Während die Frau mit dem Föhn Eigentlich aber mit zwei Föhn. Mich ihren fragend unerfüllten Blick nach wie vor spüren lässt. Weil es natürlich nicht nett war, angesichts ihres Zustands eine so wenig trostvolle Geschichte zu erfinden. Aber ist es nicht genauso wenig nett, von ihr mich heimzusuchen, in dieser prekären Schreibtisch-Situation? Ganz abgesehen davon, dass es sie offenbar nicht stört, in meinem Gästestuhl so vor sich hin zu algen. Und überhaupt, was ist denn an dieser wenig trostvollen Geschichte auszusetzen, außer dass sie wenig trostvoll ist? Wie das Leben im Übrigen selbst. Und vielleicht etwas kurz, wie das Leben übrigens auch. Kurze Geschichten muss es schließlich auch geben. Geschichten können nicht immer weiter und weiter gehen. Es kann nicht jede Geschichte ein Fortsetzungsroman sein und nicht jedes Leben in Altersschwäche enden. Als ob man heutzutage nicht froh sein könne, wenigstens eine Geschichte zu haben, im Gegensatz zu der großen grauen Zahl von geschichtenlosen Individuen, die nur im Augenblick leben und im nächsten Augenblick dann eben nicht mehr leben. Ohne dass es eine bindende Geschichte gäbe zwischen Sein und Nichtsein, ohne dass es zwischen Sein und Nichtsein überhaupt etwas gibt. Außer wie es im Neudeutsch der Filmemacher so schön heißt, ein Schnitt. Aber sie hat ja ihre Geschichte bekommen, die Frau mit dem Föhn. Mit zwei Föhnen. Eine richtige Geschichte mit einem Anfang, einer Mitte und einem Ende. Dem Nämlichen. Aber mehr kann man im Namen der Bescheidenheit auch nicht erwarten, wenn man andere Leute einfach so in ihren Radikalitätsgedanken anfängen hemmt. Und damit basta. Außerdem ist es jetzt sowieso zu spät. Eine zweite Geschichte bekommt keiner mehr heutzutage. Eine zweite Chance jederzeit, aber keine zweite Geschichte. Das sähe ihr ähnlich. Zwei Geschichten, zwei Föhne. Zwei Föhne, zwei Geschichten. Eine Geschichte pro Föhne. Als würde nicht mehr der Mensch zählen, sondern einzig und allein das Materielle, die Föhne. Und nicht die Frau zwischen den Föhnen. Diese typisch menschlichen Zwischen-zwei-Situationen. Also in dem Fall hätte ich sogar noch eine Geschichte, das heißt weniger eine Geschichte als vielmehr die Erinnerung einer Geschichte. Er in eine grausame Vorsätzlichkeit versunken. Versunken? Eine grausame Vorsätzlichkeit versunken, schreitet er das Zimmer auf und ab. Die Beharrlichkeit seiner Bahn entspricht dem Beharren der Gedanken in seinem Kopf. In regelmäßigen Abständen sieht er nach der Uhr an der Wand, deren Zeigerstellung er mit den Zeigern auf seiner Armbanduhr vergleicht, hält plötzlich inne, als die Lichtkegel zweier Scheinwerfer flutend das Zimmer durchziehen. Das Geräusch eines ersterbenden Motors. Türen schlagen. Absätze, die Schritte machen. Er nimmt eine unbewegliche Haltung ein, in der größtmöglichen Entfernung zu der sich vorsichtig öffnenden Tür. Sie tritt einweinig amüsiert von ihrer eigenen Heimlichkeit, den Schlüssel aus dem Schloss drehend und mit einem eleganten Schwung der Hand, welcher der Schlüsselbund zugleich entgleitet und klingend zu Boden fällt, übertönt noch von ihrem silbrigen Lachen. Das ist ein Anflug von der Hemmungslosigkeit scherät, mit der sie die Nacht verbrachte. Ihr Blick fällt auf ihn. Er hat jede ihrer betörend lässigen Bewegungen verfolgt, die glückhafte Entspanntheit, die sich aus ihrer Körpermitte fortschreibt, wahrgenommen. Er starrt und sagt nichts. Sie, ernüchtert durch die Härte- und Richterstringe seiner unbeweglichen Augen, die wir mit einem Ruck ihre noch lärmenden, nachklingenden Glieder zum Schweigen bringen wollen, bemüht sich, einen Fuß so unscheinbar und gerade vor den anderen zu setzen, als hätten diese Füße nie Tanz und Musik gekannt und würden nur auf geraden Linien gehen, nur diese eine gerade Linie gehen, die sie zu ziehen versucht, an ihm vorbei in einen anderen Raum, der nicht so verstellt ist von Schweigen. Fast erreicht sie die Tür. Er setzt scheinbar an zu einer Unterhaltung über alle Fragen, nur nicht über jene, die ihn umtreiben, wie »Wo bist du gewesen?« »Bei wem? Mit wem?« »Habt ihr...« »Schafft sogar eine beinahe glaubhafte Unverbindlichkeit des Tonfalls, fühlt sich beinahe wohl dabei.« »Wemütig wohl?« »Sie sind auf einem Fluchtweg aus dieser Unerträglichkeit. Will reden, will lachen, will weg. Aber mitnehmen, was nicht nid- und nagelfest ist, und nid- und nagelfest ist nur der Hass.« »Hat sie ihm Hass gesagt?« »Er hat ihr nicht zugehört. Hört nur auf seine eigenen Worte, die wieder klingen in einem verzerrten Echo. Beißt die Zähne zusammen vor Anstrengung, sich nicht lächerlich zu finden, nur jetzt nicht sich selbst sehen müssen im Kostüm des Hans Wurst. Ihm fällt plötzlich auf, dass er wieder schweigt. Schließlich fällt es auch ihr auf, dass er schweigt, dass er schon eine ganze Weile geschwiegen haben muss. Ein Schweigen über jede Antwort hinaus. Ein Schweigen, das immer größer, immer gefährlicher wird mit der Zeit, die sie nicht mehr zurückdrehen kann. Längst kann sie nicht mehr anders als weiter, immer weiter. Und noch ein Schatz und noch einer, den sie nur macht, um die Situation nicht entstehen zu lassen. Diese Situation, die am Ende ihrer Rede lauert, wie ein Abgrund. Er lacht etwas. Lacht etwas über den gelungenen Witz und muss dann lachen über sich selbst. Ein hässliches Lachen, ein von Bitterkeit entstelltes Lachen, ein schreckliches Lächerlichkeitsgelächter, das brutal abbricht. Sie senkt den Blick. Er flüstert. Sie, immer noch wortlos, fast verneigend vor seinem Zorn. Er, indem sein Flüstern von dem Wutstau in ihm übertönt wird, lauter werdend, immer lauter. Sie, ihren gekrümmten Körper klein machen, glanzlos und grau. Er schreit. Sie krümmt sich weiter in der Vorwegnahme seines Faustschlags. Schreit und holt aus. Sie hat sich nun völlig über den bevorstehenden Schmerz gebeugt. Er, jeglicher Angriffsfläche verlustig, trifft nicht, schlägt nicht, sondern mengt seine Hände in ihren zusammengefalteten Leib, um ihn wieder zu seinem Gegner zu machen, bekommt jedoch nichts zu fassen. So sehr hat dieser kleine Körper sich in sich selbst zurückgezogen, kriegt schließlich ihre Ohrringe zu fassen, reißt sie aus und krallt die warm blutenden Ohren fest, ihr Gesicht zu sich hochziehend, bis der feine, singende Schmerz ihr Gesicht mit leuchtenden Tränen füllt, die vor Hitze glänzen. Sie? Mutiger nun, da es passiert, da jetzt jetzt ist, macht keinen Hehl mehr aus der Verachtung in ihren Augen. Er schmettert mit einem Faustschlag ihren Anblick zu Boden. Sie, wie von einem Fieber aus Zorn befallen, spürt keinen Schmerz, nur die Eisigkeit des Bodens auf ihrer heißen Haut. Während seine Hände nach den Dingen greifen, die er mitreißen will in seinen Zorn, weil sie ihm längst nicht mehr Opfer genug ist. Diese eine kleine Frau, nein, es gehört alles zerstört, was Frau ist in diesem Moment. Die Vasen, Vorhänge und die Ohrringe, die er zu seiner Verwunderung noch zwischen den Fingern hat. Blut verschmiert und kompliziert verhakt zwischen Ring und Mittelfinger. Diese klimpernden Kleinigkeiten, deren unverhältnismäßige Tücke, seine wutblinden Finger vergeblich glauben und krampfen lässt. Immer diese Kleinigkeiten, als wären sie nur zu seiner Lächerlichkeit erdacht. Diese typisch weiblichen Kleinigkeiten, die die spitze Fingernägel erfordern und nie enden wollende Geschicklichkeit. Da liegend auf den kühlenden Fliesen, weich gebettet auf der Betäubtheit ihres Körpers. Ein Ohr am Boden, der Dumpfheit seiner Schritte lauschen. Der, durch die vielen Verhinderungen seines Ausbruchs noch mehr angespornt, die endgültige Explosion seiner Eifersucht zu produzieren, kann gar nicht genug Zerstörungsarbeit auf sich laden. Viel zu mühselig und nacheinander ging bisher sein Abriss vonstatten. Eine Zerstörung ohne eine wirkliche Idee von Zerstörung. So eine Idee muss her. Die Idee, die den Schaden genialisch insgesamt zusammenfasst. Sie, die Augen an die Decke gerichtet, in seltener Gleichmut und in Reflexen nachschauend, die sich im Kristall des Lüsters fangen und fortspiegeln. Der Kronleuchter. Der Kronleuchter, natürlich. Nur dieser Kronleuchter besitzt die Endgültigkeit, die dem Finale würdig ist. Sein Sturz, ein klingender Akkord. Sein Verlust, ein Schaden, der auch die Vergangenheit umfasst. Was hatte dieses Licht nicht alles gesehen? Gesehen auch von ihm und von ihr. Dass ihm der Kronleuchter nicht früher eingefallen war. Herunter mit ihm. Herunter. Sie, verwundert, beinahe ungläubig, sieht eine oszillierende Schar von Spiegeln auf sich niederstürzen, in denen sich ihr Gesicht vielfältig wiederholt und bricht. tropfenförmig, schillernd, spektral, wie ein aus tausend Teilen bestehender Klang, der klirrend am Boden zerschlägt. Er, sich schmerzlich bewusst, dass er sie nie ganz und vollständig besitzen würde, schmerzlich auf ganz andere Art als das Einschneiden der Kristallsplitter in seiner Haut und das Knirschen des Glasbruchs unter dem Gewicht seines Körpers, das ihm ins Ohr sticht. Dieses Knirschen. Aber schmerzlicher noch, denn sie würde aufstehen können und gehen. Und seine ganze Zärtlichkeitsgewalt würde sie nicht daran hindern können. Sie würde aufstehen können und gehen. Wenn sie nur nicht so bluten würde und das Gestell des Kronleuchters sich nicht so verdreht hätte in ihrer Geschmeidigkeit, würde sie aufstehen und gehen. Das ist nicht gut. Nicht gut. Er, im Café sitzend. Er, im Café sitzend, ein Bein über das andere geschlagen. Vom Hosenbund bis zum Scheitel, nur Zeitung. Die Zeitung sinken lassen, die Zeitung zusammenfaltend, weil mehr Zeit als Zeitung ist. Schaut er in die Unverbindlichkeit des Geschehens unter blauem Himmel. Er ist 15 Jahre jünger. Sie betritt das Café. Dasselbe Gesicht, dieselbe Amüsiertheit. Doch auch sie 15 Jahre leichter. Vollkommen eins mit ihrer Oberfläche und dem offenen Haar, das sie über den geschwätzigen Schädeln der übrigen Gäste ins Licht schüttet, deren Gespräche teilend mit leichten Schritten. Gefolgt von dem Anderen. Von ihm. Ihm gelingt es soeben, ihren Arm zu fassen, außer Atem von der Begleitung dieser so luftigen Erscheinung, ein Taschentuch zur Hand nehmend und den keineswegs kühlenden Schweiß abzuwischen. Sofort ist ihm klar, was seine Pflichten sind, die höfliche Bitte an den Zeitungsleser am selben Tisch mit Platz nehmen zu dürfen, das zu Rechtrücken des Korb geflochtenen Stuhles für die Dame, der stoische Moment des Abwartens, bis sie sich gesetzt und in eine Bequemlichkeit gefunden hat. Er, Platz machen, den er gar nicht eingenommen hatte. Den Radius seiner Kaffeegewohnheiten bescheiden absteckend mehr aus Höflichkeit denn aus Notwendigkeit. Mit den übereinander geschlagenen Beinen, die er noch etwas anzieht, mit den Armen, die er noch etwas enger anwinkelt, mit jeder Bewegung ein sich zurückziehendes Nicken anschlagend, eine einladende Abkehr. Sie lässt sich gewichtslos in den Korbstuhl fallen, sofort in seiner Form zu Hause, als sei er eine natürliche Ergänzung ihres Körpers. Ihm ist es nun endlich auch vergönnt, sein Gewicht auf einen anderen Träger zu verlagern, sogleich ein geübter Griff zur Getränkekarte, die er mit einer Bewegung aus dem Handgelenk vor ihren Augen aufschlägt. Dabei gebührenden Abstand halten zu dem Gastgeber dieser Situation. Sie ihre Wahl treffend, widersprüchlich, aber entschieden. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als sich ihr anzuschließen, die Bestellung umgehend weitergebend. Er tut unbeteiligt. Ihm obliegt es nun, aus den Liebigkeiten des Lebens Konversation zu machen, mit Betrachtung über Stadt, Land und Leute, das vagesuchend. Sie kurz nur seinen Worten folgend, sich verlierend auf ihrer Spur und zum nächstliegenden zurückkehrend. Er sofort ihren Blick spürend. Ihm kommt zu ihm die Idee für ein Thema von einiger Faszination und absoluter Belanglosigkeit. Genau das Richtige für Ort und Stunde, ergiebigstes Material für mehr als nur eine Kaffeehaussitzung, vorausgesetzt man fängt es richtig an. Sie schiebt eine Sonnenbrille vor die Augen. Er hat sich vielleicht auch getäuscht. Ihm gefällt momentan sein Anfang nicht zu recht, zu sehr in Kennen-Sie-Den-Manier, aber der Mittelteil muss es bringen. Ein bisschen Geduld noch. Auch dieser Anfang geht einmal vorbei, schneller sprechend. Sie kramt eine Zigarette hervor, fährt mit der Zungenspitze über die Falz eine gekonnte Bewegung, schiebt das eine Zigarettenende langsam zwischen die aufgeworfenen Lippen. Ihm steht nun der Mittelteil bevor, jetzt heißt es also, alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen, Zentrum werden, Mittelpunkt dieser Runde. Er gibt ihr Feuer, sie. Atmet sich zurücklehnend den Rauch durch Mund und Nase aus. Ihm entgehen diese Nebensächlichkeiten keineswegs, doch bringt es ihn ja auch nicht völlig aus dem Konzept, denn noch weiß ja keiner, was es beim Mittelteil zu verpassen gibt, den hohen Unterhaltungswert bei gleichzeitiger Erkenntnisdichte. Und überhaupt kann er, der Mittelteil, seine Wirkung unmöglich verfehlen. Auch wenn auch nicht klar ist, ob es ein Lachen sein wird oder ein Weinen. Aber eine heftige Reaktion wird es allemal geben, eine emotionale, die gleichwohl auch den Intellekt anspricht. Sie streicht eine Strähne aus ihrer Stirn, dabei, wie mit einer Zufallsbewegung, ihr linkes Ohrläppchen streifend und mit einem sehr echten Schrecken, den Verlust von Geschmeide dort feststellend, wo nur ein feines Loch in hell beflaumter Rosenhaut geblieben ist. Ihm ist damit die letzte Chance genommen, sich halbwegs anständig aus der Mittelteil-Affäre zu ziehen, die ohnehin schon viel zu lange dauert. Spontan eine kummervolle Haltung an den Tag legend. Er ist noch unschlüssig, ob er sich einschalten soll oder nicht. Sie? In zerbrechlicher Weise aufgeregt, in aufregender Weise zerbrechlich. Ihm geht das nun doch sehr nahe. Sie, den ungeheuren Verlust für die nähere und fernere Zukunft ausmalend, dabei eben diesen Ohrring schon jetzt schmerzlich vermissend wie ein Körperteil oder ein Stück Identität. Ihm fehlen, was ihm sehr entgegenkommt, die Worte, sodass er ohne weiteres Zögern sogleich mit männlichen Demonstrationen seiner Hilfsbereitschaft beginnt und eine recht überzeugende Suchpantomime rund um den Kaffeetisch aufführt. Sie? Ihn mal auf diese, mal auf jene Fährte hetzend, herrsch einerseits, andererseits Mitleid, erregend, verwirrt, zu konfus, um wirklich grausam zu sein, zu willkürlich, um völlig hilflos zu wirken. Ihm ist der Gehorsam lieber als die Einsatzleitung, befeuert von dem festen Vorsatz, heute keine Fehler mehr zu machen. Er, abgeschreckt durch die bücklingshaften Kavalierallüren seines Geschlechtsrivalen, der alles andere als eine glückliche Figur macht, verharrt regungslos, Beobachter der Situation und seiner selbst, auf einem inneren Hochstand. Sie mit den Anstrengungen ihres Begleiters unzufrieden, vorwurfsvoll. Ihm kann das nichts anhaben. Sich vollends auf dem Boden herablassend, um seine Bemühungen zu verdoppeln, verspürt er vielmehr eine moralische Überlegenheit. Sie scheucht ihn weiter zwischen den Kaffeetischen umher, keine Rücksicht kennend in ihrem beleidigten Zorn. Sie, immer neue Unzulänglichkeiten an ihm entdeckend, hält ihm all seine momentanen und vergangenen Fehler vor, nicht in chronologischer Reihenfolge. Ihm steigt der Fehlervermeidungseifer richtiggehend zu Kopf, was es ihm vor allem möglich macht, über jede Schamschwelle hinaus in ihrer Sache tätig zu werden, ohne vor dem Zerschleißen der eigenen Hosenbeine, den Hindernissen fremden Schuhwerks und dem Slalom der Stuhlbeine zurückzuschrecken, während er unter sämtlichen Tische und Stühle krabbelt. Er? Jede männliche Verbindung, jegliche Komplizenschaft mit diesem kriechenden und blind tastendem etwas empört zurückweisend, dabei die Mundwinkel zu einem Lächeln hochziehend, das keineswegs Sympathie zeigen soll, sondern einzig und allein Teilnahmslosigkeit. Sie lächelt zurück. Er? Versucht ihr Lächeln zu lesen und seins dem Ihren nachzuschneiden. Sie? Immer geheimnisvoller lächelnd, schiebt die zur Faust geschlossene Hand langsam über den Tisch. Ihm ist der Rückweg durch dieses schwierige Terrain aufgrund solider Arm- und Beinarbeit zügig gelungen, die Pumps der Angebeteten erreichend und auch den leicht wippenden Herrenschuh des Tischgenossen. Sie die Hand öffnend zeigt den gesuchten Ohrring. Geschichte einer Erinnerung an sie. Sie? Das Ohrgeschmeide wieder eingehängt im Gleichgewicht, sich unterhakend auf dem Weg durch die Landschaft der Zeiten. Er? Er staunt von der Symmetrie ihrer beider Schritte. Ein Gleichschritt viel mehr als ein zufälliges Nebeneinander hergehen. Sie ihren Arm weiter an ihn hinein mogelnd, weich gestimmt vom milden Licht und vom Wind, der sie an seine Seite treibt. Er ertappt sich dabei, wie er mit ausgestrecktem Arm das Land unterteilt in seine geografischen, geschichtlichen und anekdotischen Bestandteile, dabei Sehenswürdigkeiten von Sehensunwürdigkeiten scheidend, bis schließlich außer seiner Wahrnehmung nichts mehr da ist von der Wirklichkeit. Sie in das Detail sofort verliebt, stehenbleibend. Er stockt, stolpert beinahe in die Bruchstelle seiner Orientierungsgeläufigkeit, steht und staunt. Er neigt so gar nicht zum Verweilen. Engels geduldig. Er eine meteorologische Erklärung vorschiebend. Sie nicht darauf eingehend, am Phänomen interessiert und nicht an seiner Gesetzmäßigkeit, bleibt bei dem plötzlichen Mond, der zeitlos am blauen Himmel steht und wie eine Gegensonne scheint. Er hat den Mond kaum beachtet, bemüht vielmehr in die Normalität des Gehens zurückzufinden. Sie mit ihrer Mondsüchtigkeit kokettierend, ein Mond Schein Spaziergang am helllichten Tag, eine wahrhaftig schwer zu überbietende Spezialität, wenn sie es recht bedenkt. Er scheinbar aufmerksam das Höflichkeitsprogramm des Zuhörens absolvierend, während er mit einem Problem aus Kindheitstagen ringt, mit der Unmöglichkeit des Gehens, wenn man es in seine motorischen Einzelheiten analysiert. Das Gehen nun probierend wie das Gehen auf der Bühne, damit es nicht nur Gehen ist, sondern darüber hinaus wie Gehen aussieht. Sie ein wenig das Gemeinsamkeitsgefühl vermissend, bei diesem ureigentlich auf Gemeinsamkeit angelegten Gang. Zwei Menschenkinder in geschlechtlicher Ergänzung unterwegs in der Natur. Da sollten sich die Komplikationen doch in Grenzen halten, wenn es darum geht, zu einer gegenseitigen Annäherung zu kommen, zumal bei einem Wetter, den Mond mal beiseite gelassen wie zum Helden Zeugen. Herr Gott, das kann doch nicht so schwer sein. Er von ihrem Tonfall einigermaßen irritiert. Sie den Zeitpunkt für gekommen haltend, frank und frei zu plaudern über sich und ihn. eigenes mit fremden mischend, weibliches mit männlichem, ganz in der Stimmung für eine übereinander herfallende Neugier. Er? Sich gräuspernd vor Zurückhaltung. Sie deutlicher werdend, aber nicht ohne Scham. Er? In Komplimente ausweichend? Sie freimütig gegen jede falsche Scheu, das Wort richtend, meinend natürlich seine falsche Scheu. Er? Eine wieder die falsche Scheu Philosophie daraus machend. Sie ungeduldig? Eher das Persönlichwerden im Allgemeinen gutheißend. Sie fast resignierend. Eher einer intimen Eröffnung folglich gar nicht abgeneigt. Sie? Mit müder Hoffnung? Eher andererseits den Reiz der vornehmen Distanz zwischen Menschen, nicht unterschätzend die Attraktivität des Abstands generell. Sie? Sauer. Eher zu dem Schluss kommend, dass nichts so schwierig sei wie ein Paar zu bilden. Sie anderer Ansicht? Er dies auf den weiblichen Widerspruchsgeist zurückführend und geduldig seinen Paarbegriff erärternd. Sie sich insgeheim fragend, ob sie es mit einem homosexuellen, asexuellen oder intellektuellen zu tun habe. Er die Verlagerung der Diskussion unter die Gürtellinie zutiefst missbilligend. Sie entschlossen sich nur noch per Körpersprache mit ihm zu verständigen. Er nichts überstürzen wollend. Sie ihre Visitenkarte auf seine Lippen drückend ab. Er den Griff zum Telefon Hörer schon halb wieder beräumt vor ihm die Nacht, die den Mond eingeholt hat, beschienen von der Melancholie seines Lichts. Genau der rechte Ort für einen Mond, denkt er, während ihre Visitenkarte mit der bis zur Unkenntlichkeit beliebigen Telefonnummer zwischen seinen Fingern spielt. Rufzeichen. Wohlwissend, dass es wenige Sätze später kein Zurück mehr geben wird, dass sich die Möglichkeit des Verlieben Könnens sehr schnell in etwas Unverrückbar Wirkliches verwandeln kann, etwas von ihm selber Unabhängiges, dem Zugriff seines Willens für immer entzogen. Möglich, dass es gerade in diesem Moment passiert. Rufzeichen. Oder wann hatte es angefangen? Das Warten auf Sie. Sie? Sich meldend, ausdruckslos. Eher wissend, dass es soeben passiert ist. Von dieser Gewissheit wie gelähmt. Sie? Nachfragend? Mit einem leichten Flackern der Unsicherheit in der Stimme? Eher stumm? Als gleich das Fenster öffnen sich weit hinaus lehnend in die Nacht, um mit dem Atem auch die Dunkelheit des Vergessens zu schöpfen, wäre da nur nicht dieser Mond blank und unbeweglich eine helle Scheibe Bahnen der Sehnsucht aussenden mit seinem glatten magnetischen Licht sinnlos auf Ruhe zu hoffen auf tiefen Frieden wenn so ein Mond das Blut umwälzt Friedloses Warten also Klingelzeichen Warten also Klingelzeichen Nimmt ab Sie am anderen Ende der Leitung die Störung entschuldigend Er zu seiner eigenen Überraschung einen vollkommen als wäre nichts gewesen Ton erwischend Sie Ihrerseits als hätte er niemals auch nur mit dem Gedanken gespielt sie an zu rufen Sie als hätte sie noch gar nicht an eine Verabredung gedacht als müsste er erst seinen Terminkalender konsultieren Sie als hätte sie Mühe eine entsprechende Lücke in ihrem Lebensplan zu finden er als hätte er eine rein geschäftliche Eintragung zu machen sie als hätte es sich nur um eine kalendarische Frage gehandelt er sich in diesem Moment völlig sicher dass er mit ihr schlafen wird zum gegebenen Zeitpunkt Sie auch beide legen auf er sich hochstemmend zu einem letzten quarkweichen Liegestütz und auf die andere Seite abrollend kommt auf dem Rücken zu liegen ihren Körper neben sich spürend Erleichterung und Schwermut im Wechsel zwischen Lust und Leere Sie hat eine Zigarette zur Hand fährt mit der Zunge über die Falz gibt sich Feuer er neben sich greifend wie um sich des unsichtbaren Nachbarmenschen zu vergewissern sie bei der Hand nehmend als würden sie auf eine weite Reise gehen befallen von Stille sie dem Aufleuchten und Niederglimmen der Glut nachschauend die wie ein rotes Feuerauge in eine Dunkelheit sieht die überall gleich ist in jeder Nacht auch als sie noch mit ihm schlief dieselbe Dunkelheit auch als sie aufhörte mit ihm zu schlafen weil ja weil es sie müde machte ihm auf immer gleiche Art zu gefallen wie langweilig ist im Grunde die Illusion von Dauer drückt ihre Zigarette aus er den Schwindel der Welt um sie und sich mit einem Gedanken anhaltend als könnte sie jetzt aufstehen und gehen was völlig undenkbar ist aber doch schon gedacht ist und folglich so undenkbar nicht ist es kann ja kein Zufall sein dass er das denkt jetzt ausgerechnet so etwas denkt man nicht einfach so aus heiterem Himmel auf einen solchen Gedanken wird man durch irgendetwas gebracht durch sie und selbst wenn sie blieb lange Tage lange Nächte behielte sie etwas Flüchtiges nicht Sesshaftes das alles und jeden um sie herum die Möglichkeit spüren ließ dass sie aufstehen könnte und gehen holt aus zu einer Zärtlichkeit zu einer von Zeit gebremsten Attacke sie bewegt sich nicht er sich schmerzlich bewusst dass er sie nie ganz und vollständig besitzen würde schmerzlich auf ganz andere Art als das einschneiden der kristallsplitter in seiner haut und das knirschen des glasbruchs unter dem gewicht seines körpers das ihm ins ohr steht dieses knirschen aber schmerzlicher noch denn sie würde aufstehen können und gehen und seine ganze zärtlichkeitsgewalt würde sie nicht daran hindern können sie würde aufstehen können und gehen wenn sie nur nicht so bluten würde und das gestell des kronleuchters sich nicht so verdreht hätte in ihrer geschmeidigkeit würde sie aufstehen und gehen mit spitzen fingern ein halbes lebenswerk an beschriebenem papier zusammenschieben entschlossen keine fragen mehr zu beantworten keine klugen und keine dummen und kämen sie auch von dieser erscheinung einer frau mit zwei föhnen die der badewanne entstiegen ist um andere leute in ihren radikalitäts gedanken anfängen zu verwirren jede frage ist ein attentat auf eine geschichte auf den geschichten zauber insbesondere wenn es sich um erinnerungs geschichten handelt die man eh nehmen muss wie sie sind bei denen man sich fragen kann was sie mit dem heute zu tun haben aber sich muss man das fragen nicht mich sich selbst auch wenn man da sitzt mit offenem mund wie ein karpfen mit kiemen lähmung nein 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 nicht aufstehen gute Frau ehrwürdige tote jetzt wo ich schon einmal dabei bin ich kann ihnen sowieso noch nicht folgen ohne meinen radikalitäts gedanken wenigstens angefangen zu haben gehe ich hier nicht weg hinsetzen und hören sie auf mir zu zu winken das beeindruckt mich kein bisschen geben sie mir noch eine geschichte lang aufschub eine andere geschichte lang wenn sie wollen eine geschichte die ihnen gefällt die wirklich zu ihnen passt ihre geschichte sehr geehrte frauen mit dem fön aber versuchen sie nicht mich zu holen ich hasse es geholt zu werden lassen sie mich ihre geschichte zu ende erzählen bis zu einem wirklichen schluss und bitte sehr nicht mehr winken ich verliere sonst den faden und werde nicht fertig wie immer an diesem schreibtisch also er seine letzten worte in der hand haltend seine letzten worte in der hand haltend oder zumindest die worte die dann später einmal als seine letzten gelten würden ganz unabhängig von allem was er jetzt noch an Worten sagte das Papier auf dem Schreibtisch niederlegend es sorgfältig mit dem Briefbeschwerer beschwerend ein letzter Blick auf die Endgültigkeit des Arrangements und dann dann geht er seinen Bademantel entknotend Richtung Badezimmer sie bereits eingetaucht endgültig endgültig ist wie es sein sollte könnte doch immerhin ein Luftstoß wenn er von der Fensterseite her unter das Papier führe den Briefbeschwerer kippen und seine letzten Worte durchs Zimmer fegen die Zehenspitzen wieder aus dem Wasser holen zieht den Bademantel noch einmal über auf dem Rückweg ins Arbeitszimmer sie sie die Ruhe selbst als hätten sich durch das würzige Wasser Leib und Seele schon voneinander abgelöst und der Leib wäre in der Tiefe versunken während der Geist über dem Wasser schwebt er die Fensterfront noch einmal sorgfältig verriegelnd dann sicherheitshalber den Briefbeschwerer in seiner einsamen Aufgabe durch einen massiven Brockhausband unterstützend dabei seine letzten Worte noch einmal kurz auf orthografische Richtigkeit hindurchsehend keinen Fehler findend in der Eile die ihn bereits wieder Richtung Badezimmer treibt wo er den Bademantel aufs Neue abwirft und einen Fuß in das Wasser tunkt sie beinahe schon wie entschlafen mit einem Bewusstseins Ausläufer sanft den schwappenden Rand des Jenseits streifend körperlos im Bade wogend wie ein in Formalin eingelegtes Gehirn er von der Wassertemperatur durchaus angetan jedoch abgelenkt von dem plötzlichen Gedanken sich zu brav formuliert zu haben immerhin waren es seine letzten Worte und da erscheint es wieder einmal ganz symptomatisch dass die Orthographie seine größte Sorge darstellt diese nur keine Fehler machen Haltung wie bezeichnend für ihn dieser Korrektheitswahn der ihn schließlich sein ganzes Leben lang einschränkend beherrscht hatte die Lust zur Übertretung unterdrücken bis zuletzt und jene Wildheit für die die Anarchie der Jugend viel zu kurz und eigentlich auch gar nicht anarchisch genug war oh nein den nassen Fuß entschlossen auf die Badematte setzend zurück eilend zum Schreibtisch um seinen letzten Worten ein paar empfindliche Schreibfehler beizubringen sie ein wenig unsanft zurückgeworfen in die Wannenwirklichkeit in die Welt der tückischen Objekte als da wären in die Augen beißende Wassertropfen in die Wanne stürzende Parfumflakons oder gar ausschlagende Männerfüße er über sein Machwerk gebrückt mit fliegender Feder Fehlereinfügend haarsträubende Schreibfehler die nicht den geringsten Zweifel an der trotzigen Absicht ihres Verfassers ließen dabei kurz überlegen ob er nicht von diesen nunmehr fehlerhaften letzten Worten eine saubere Abschrift anfertigen solle aber den Gedanken dann wiederum als kleinmütig verwerfend auch wenn hier und da die Lesbarkeit auf dem Spiel zu stehen schien aber auch um Verständlichkeit hatte er sich sein Leben lang bemüht und sie nie erhalten warum also jetzt nein nein nur Walter Kühn dem eigenen Impuls gefolgt sie nun doch etwas ungeduldig werden da eine wesentliche Voraussetzung für ihren Entschluss die Gemeinsamkeit desselben war dessen Verzögerung er mittlerweile wiederholt betrieb schon einmal ihren Föhn ergreifend um mit einem deutlichen Wink die Unausweichlichkeit ihres gemeinsamen Vorhabens zu unterstreichen er sich schließlich doch zu unterstreichen eine Reinschrift anzufertigen nicht der Reinschrift wegen sondern um der Radikalität seines Aufbegehrens gegen die Konvention nicht nur orthografisch sondern auch inhaltlich Ausdruck zu verleihen was freilich zunächst einmal die Frage nach der Bedeutung von Radikalität überhaupt aufwarf wer oder was als radikal gelten könne und wie dies auf radikale Weise auszudrücken sei falls nicht diese sehr logisch vorgefertigte Frage bereits eine wahrhaft radikale Antwort unmöglich machte wie überhaupt das brave Beantworten von Fragen recht konventionsverdächtig erscheint sodass eine radikale Antwort möglicherweise ein Widerspruch in sich sei während es vor allem darum geht sich zu einer Radikalität des Fragens aufzuschwingen Sie sich aus dem Wasser erhebend ergreift einen zweiten seinen schon bereitgelegten Föhn um zur Tat zu mahnen fällt ein Schlag der sich in einem hohen Sohn fortsetzt Wasser blubbern wie von Ventilatoren umgerührt Schrei Stille Dunkel Moment 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 Ich bin hier noch nicht fertig und außerdem ich lass mich hier nicht herumkommandieren So na bitte Ent Scheidend Also der Mut auszubrechen aus diesen verpflichtenden Kontexten ohne Rücksicht auf Ich will jetzt nicht daran denken worauf Daran zu denken ist das halbe Rücksicht nehmen Ich denke immer an alles Mein Leben lang habe ich immer an alles gedacht Deswegen bin ich auch mit nichts fertig geworden Und jetzt will ich fertig werden Einmal in meinem Leben will ich fertig werden mit etwas Und ich denke an nichts anderes mehr Unterbrech mich nicht Zwecklos mich zu unterbrechen Ich nehme keine Rücksicht mehr auf und Thomas Fritz. Musik Uli Beckerhoff. Es spielten ich, Martin Reinke, er, Werner Wölbern, sie, Christiane Leuchtmann, ihm, Matthias Matschke. Schnitt, Robert Baldowski, Ton, Dietmar Hagen, Regieassistenz, Matthias Seimer, Regie, Gottfried von Einem. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2001